Diesmal kann nicht schief gehen, Rosenmontag an der Fahrrohschule Kiel. Erstens haben wir ein neues Schild und zweitens habe ich diesmal eine super Party organisiert in der Daily Lounge. Ich habe ganz viele Eintrittskarten verkauft, waren nicht billig. Fünf Euro, habe alles aufgefahren, Getränke, Berliner, Livemusik, das wird heute richtig toll. Es gab richtig große Resonanz. Das Laute ist nicht die Karnevalsmusik, das sind Bauarbeiten. Irgendwie Fachbereich Medien baut jetzt da ein Haus für Architekten oder sowas. Aber ich sehe schon Daily Lounge, ist schon festlich geschmückt. Da hinten kann man schon die bunten Schaufensterdekos sehen, da gehen wir jetzt mal hin. Was ist das denn? Ich glaube, das ist zu. Kacke, die haben dicht gemacht. Na super, sollte die tollste Karnevalsparty aller Zeiten werden. Jetzt stehe ich hier und muss die Leute zurückschicken, die mit mir feiern wollen. Ärgerlich. Ich glaube, ich muss denen das Geld zurückzahlen. Wann kommen die Gäste? Ja. In zwei Minuten kommen sie da, dann schnappe ich denen den Eindruck zurück und dann ist alles gut. Hier könnt ihr eure Eintrittskarten zurückkriegen. Tut mir echt leid, dass das ausgefallen ist mit der Party hier, weil ich habe echt alles gebucht gehabt. Aber, da kann man nicht mehr rollen. Aber, da kann man nicht mehr rollen. Aber, da kann man nicht mehr rollen. Tja, da ist ja auch so. Tja, da ist ja auch so. Neugier, Bildung, Berufung.